Ja, also ich weiß es nicht. Also wenn ich mir das vorstelle, habe ich ein Problem, glaube ich. Das ist mein Baby, aber er ist mittlerweile größer als ich und er ist ein ganz Süßer. Und ich hoffe, dass er immer die Richtige trifft und ich hoffe, dass er nie eine trifft, die ihm das Herz bricht. Aber auch das gehört zum Leben dazu. Aber ich freue mich natürlich. Aber ich glaube, ich gucke mir das sehr, sehr, sehr genau an. Aber natürlich bin ich auch eine Mutter, der eben auch einfach die Freiheit lässt, seine Erfahrungen selber zu machen. Weil ich dürfte das nicht als Kind und deswegen möchte ich nicht das Gleiche, dass mein Sohn das Gleiche erlebt. Jeder. Also bei uns, es gibt es nicht. Ich glaube, jeder hat Talente. Ich glaube, es gibt keine Intelligenz. Also ich glaube, dass Intelligenz, aber es hat jetzt nicht damit Intelligenz zu tun. Aber ich glaube, dass jeder Mensch hat seine Talente. Und ich lasse zu, wenn Michael etwas besser kann als ich, gebe ihm, lasse ich dazu. Aber wenn ich etwas anderes besser kann, dann möchte ich das auch. Und deswegen ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Und auch Luca hat seine Meinung. Und ich denke, bei uns gibt es nicht nur links und rechts, es gibt es auch in der Mitte. Ich wollte Mathematiklehrerin werden. Das passt überhaupt nicht mit der Musik. Aber ich habe es geliebt in der Schule damals, Mathematik. Und nur dann über die Jahre kam die Musik dazu und hat mich nie losgelassen.